Ein Einkaufszentrum in Köln. Hier gibt's viele Geschäfte, viele Kunden und einen brandneuen Fotoautomat. Die Bilder sind heute gratis und obendrein gibt's 200 Euro für das lustigste Foto. Das Motto des Tages heißt schlicht und einfach, bitte lächeln. Lächeln, bitte lächeln. Herzlich willkommen. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Vielen Dank, dass Sie sich für DigiClick entschieden haben. Mein Name ist Clicky. Ich bin Ihr persönlicher Fotograf und werde Sie durch unser automatisches Programm begleiten. Sind Sie bereit, meinen Anweisungen zu folgen? Dann antworten Sie bitte laut und deutlich mit Ja. Vielen Dank. Möchten Sie sich fotografieren lassen? Ja. Verstehe. Ist dies das Gesicht, das fotografiert werden soll? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Haben Sie nicht noch ein anderes? Ja. Vielen Dank. Für welchen Zweck ist das Foto gedacht? Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Pass, Bewerbung, Geschenk, Freundin, Kontaktanzeige oder Fahndungsfoto. Passfoto. Bitte zeigen Sie den gewünschten Ausschnitt mit den Händen an. Vier. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Vier. Passbild. Gesicht. Wir können leider keine runden Fotos machen. Bitte zeigen Sie den gewünschten Ausschnitt mit den Händen an. Vielen Dank. Sie sitzen zu tief. Bitte stellen Sie mit dem Knopf rechts von Ihnen die Sitzhöhe ein. Vielen Dank. Bitte stellen Sie mit dem Knopf rechts an Ihrer Seite die Sitzhöhe ein. Unter dem Spiegel befinden sich zwei entsprechende Knöpfe. Sie sitzen leider etwas tief. Schauen wir uns. Unter dem Spiegel befinden sich zwei Knöpfe. Links von Ihrem Kopf befinden sich zwei Knöpfe an Ihrer Wand. Rechts an der Wand befinden sich zwei Knöpfe an der Wand. Bitte fahren Sie nicht ganz nach oben. Das war etwas zu hoch. Das war nun wieder etwas zu tief. An der Wand, rechts an der Wand, rechts an der Wand, rechts an der Wand. Hier. Sehr gut. Sie sitzen zu hoch. Haben Sie Probleme, den Sitz zu bedienen? Ja. Bitte strengen Sie sich etwas an. Boah. Hoch. Hoi. Bisschen zu hoch. Ja, was soll das denn? Was machen Sie denn da? Soll ich hochdrücken, ne? Bitte tun Sie das. Das ist zu hoch. Können Sie diese Knöpfe nicht bedienen? Ja, ich hab das Gefühl. Der macht doch mal den Wettel hier. Sitzen Sie jetzt richtig? Ja. Vielen Dank. Eine letzte Frage, bevor wir anfangen. Möchten Sie Freude an diesem Foto haben? Ja. Dann sollten Sie jetzt bitte lächeln. Ja. Bitte lächeln Sie jetzt. Haben Sie schon einmal gelächelt? Ja. Dies ist leider nicht zu erkennen. Ich gebe Ihnen eine kleine Hilfestellung. Sagen Sie Meisenscheiße. Meisenscheiße. Sagen Sie laut und deutlich Meisenscheiße. 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 Möchten Sie an unserem Fotowettbewerb teilnehmen? Einen Gutschein im Wert von 200 Euro. Okay, da. Ja. Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Vielen Dank. Ihre Chancen auf einen Gewinn steigen, je lustiger das Foto ist. Sind Sie sicher, dass Sie mit diesem Gesicht Chancen haben? Ja. Bei Herren mit hohem Haaransatz zeigen sich öfters glänzende Stellen. Wir haben ein Hilfsmittel für Sie vorbereitet. Ich öffne jetzt die Schublade. Bitte Vorsicht. Nehmen Sie die Puderquaste und pudern Sie die glänzenden Stellen ab. Nun machen Sie bitte Ihr lustigstes Gesicht. Geht das noch ein bisschen lustiger? Nein. Sie dürfen auch gerne die Massen machen und die Hände zu Hilfe nehmen. Naja, um Ihre Wettbewerbschancen zu erhöhen, haben wir einige Hilfsmittel für Sie bereitgelegt. Bitte werfen Sie dafür einen Blick in die Schublade. Nutzen Sie möglichst viele der angebotenen Accessoires für Ihr perfektes Spaßfoto. Diese Brille kleidet Sie sehr. Strecken Sie bitte die Zunge heraus. Klappen Sie Ihre Ohren nach vorne. Lassen Sie die Zunge heraus und kommen Sie etwas näher. Strecken Sie erneut die Zunge heraus. Dies ist ein sehr lustiges Foto. Bitte schneiden Sie jetzt Ihre schönste Grimasse. Vielen Dank. Oh, wie geil. Bitte benutzen Sie möglichst viele dieser Accessoires. Ja, okay. Warte. Und wir machen ein letztes Überraschungsfoto. Bitte gucken Sie dafür so überrascht wie möglich. Das geht noch ein bisschen besser. Bitte wirken Sie lustig und überrascht. Das funktioniert leider noch nicht so richtig. Ich gebe Ihnen eine kleine Unterstützung. Das war sehr überrascht. Vielen Dank. Mit diesem Foto haben Sie gewonnen. Und zwar ein Platz in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Herzlich Willkommen. Das ist Reinhard. Untertitelung des ZDF, 2020